Die Fahndung Ja, der ist unseren Jungs hier, unserer Patrouille ein bisschen schwer, macht das Leben. Sehr schön. Okay. Sehr schön, sehr schön. Aber jetzt geht's weiter hier zum... Wie heißt der Kollege nochmal? Der heißt... Oh, da steht der Name jetzt gar nicht. Aber irgendwas mit Train. Deswegen auch zu Brandam. Und der müsste, glaube ich, hier unten sein, oder? Hier unten führt die Bahn lang, wenn ich richtig weiß. Ja, natürlich. Da ist sie doch. Okay. Oh ja, da ist Action angesagt. Dann machen wir doch folgendes. Wenn wir das Ding da hinkriegen, dann haben wir da eine gute Position. Ah, dachte ich's mir doch. Ein bisschen hier aufräumen. So, im Zielgebiet streuen, würde man sagen. Ah, da versteckt sich einer. So, was ist das noch? Ne, das können wir nicht mitnehmen. Wie gesagt, da muss ich, glaube ich, ein bisschen hier in meinem Portfolio aufräumen. So, die Kollegen kommen. Die Kollegen kommen zur Unterstützung. Oh ja, da unten ist auch eine Patrouille oder etwas Ähnliches, die unsere Hilfe braucht. Da steht's jetzt. John, John Train Stewart müssen wir uns schnappen. Äh, keine Munition, lade nach. Das klingt irgendwie logisch, plausibel und nachvollziehbar. Wenn doch nur jeder nachladen könnte, der keine Munition mehr hat. Oh ja, da kommt noch so ein Böser. Oh, 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 wie ich diese Teile nicht mag. Und so, wir versuchen, die zu umgehen. So, bei ihm hat's schon mal funktioniert. Immer aufs Beinchen. Immer aufs Beinchen. Oh, 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 oh. So, kommen jetzt noch mehr irgendwo rausgekrochen. Ja, da drüben gibt es noch welche. Aber ich glaube, nee, das hat sich jetzt erstmal erledigt. So, wo müssen wir lang? Äh, nach unten, oder? Kann das sein, nach unten? Müssen wir erstmal ein bisschen was aufsammeln, aufräumen. Da müssen wir, guck. Nee, da gibt's nichts, da gibt's nichts. Das andere haben wir nicht mitnehmen können. So. Stopp mal. Warte, warte, warte. Jetzt. Ah. Ah, ja, da unten rennt welche. Da unten, da unten rennen sie rum. Das ist der richtige Moment für meinen Raketenwerfer. Sehr gut. So, jetzt haben aber vermutlich einige hier wach gemacht. Ja, wusste ich's doch. so, was ist da hinten? Die sind von uns. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir irgendwie hier lang müssen. da unten. Oder? Ja, aber das ist ja kein Zug hier. Bin jetzt gerade wieder ein bisschen irritiert. Wir schauen mal auf die Karte. Nee, wir müssen eigentlich in die andere Richtung, oder? Ja, ich glaube, wir müssen da hoch. Und dann sind wir hier wieder im Wespennest. So, da drüben gibt's wieder Granetsche. Granetsche für unseren Werfer. Und jetzt kommen wir der Sache doch langsam näher, so wie's aussieht. Ja, natürlich. Es kommt einem wieder etwas... Oje. Sind die? Die sind da unten. Ah, nee, da ist welche. Ja, die nehmen wir mal lieber aus dem Spiel. Wo wäre ich denn das? Ah, okay. Da ist okay. Gar nicht mal so schlecht. Erspecht. So, das sind noch mehr. Da sind... Ach, da kommen wir nicht drüber, oder? Kommen wir da hoch? Ah, ja, okay. Ist aber nicht ganz so clever, glaube ich. Okay, der ist... down, wie man so schön sagt. Ja, wir müssen da... Ah, da ballert's. Ah, da ballert's, da kommt was. Oh, ja. Dann schicken wir die Drohne hin. So, was sind da für grüner, 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 grüner. Äh... Ah, ja. So, da muss noch einer sein. Da ist er doch. Sehr schön. Immer ein Auge auf die Map werfen, das hilft. Aber jetzt kümmern wir uns hier mal um den Kollegen John Train. Der müsste jetzt nämlich irgendwo dahinten stecken. Oha. Oha Oha Nee, da kriegen wir nichts hochgeworfen Oha Nee, nee, da gehen wir besser wieder runter Okay Da ist noch einer Oh man Ja, ich glaube nicht, dass du da noch was reparierst Da wird man wohl nichts mehr reparieren können Na, neben so einem Fass liegen, äh, stehen Ist eigentlich nie eine gute Idee Aber Ach, da drüben kommen sie jetzt raus Kriegen wir das Teil da drauf? Nein Kriegen wir es da irgendwo drauf? Nein Aber wir kriegen es da drauf Ah, von rechts kommen sie auch noch Von rechts kommen sie auch noch Oh, das wird gefährlich Da muss ich weg Da muss ich weg Das ist so ein Scharfschützenteilchen Das gefällt mir gar nicht Oh ja, die Drohne kann wieder mal raus So, jetzt ist er weg Ach, da springt da einer rum So, wo steckt er jetzt? Wo steckt er jetzt? Steckt er da drin? Das ist ja wieder hier eine Rumgelaufe Nehmen wir alles mit Munition brauchen wir So, da gibt es irgendwo einen Schlüssel Beziehungsweise Ach, da ist so eine Kiste Haben wir die? Okay Dummdi dummdi dumm Ah, dumm Nee, nicht jetzt Ich denke wir müssen da auch wieder runterlaufen Um den Kollegen zu finden Ah, doch da geht es durch Da geht es Und da stehen sie wieder Da stehen sie wieder Okay Oha Oha Immer ein bisschen aufpassen Okay Da hinten drin irgendwo Aber irgendwas ist direkt hier oben Ach, da geht es durch Deswegen Aber Ach, da ist einer Gut Gut, 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 gut Gut So, da tut sich jetzt was auf Und da will wieder einer versuchen Mich Und Ah, okay Da ist er Da ist er der gute Train Steward Ja, jetzt haben wir dich Aber wir müssen ein bisschen aufpassen Auf die Flanke Weil da links tut sich was Da sind irgendwie andere Kollegen Die sich hier mit denen Im Gefecht befinden Und da müssen wir aufpassen Und da müssen wir aufpassen Dass wir nicht zwischen die Fronten geraten Oh ja, oh ja, oh ja Da müssen wir aufpassen Oh scheiße Da ist glaube ich was von hinten So, das heißt wohl Da müsste irgendwo dann unser Kollege sein Zum Befreien Hoffe ich doch Oh, da rechts ist einer Der macht mir ein bisschen Sorge Okay Okay Und er ist hier in Madison So, No Hope Hotel Da müssen wir jetzt hin Aber erstmal sind wir hier noch im Gefecht Hier springen noch einige rum So, da vorne Irgendwo springen hier noch welche rum Da wird was gemarkert Yep, okay So, das bringt gar nichts Da kommen wir gar nicht weiter Aber wir können mal hier hoch So, Area Clean Oder Clear Sehr schön Das heißt, wir werden da oben Unser Gerätchen abbauen Und dann uns mal ein kleines bisschen sortieren Oh, da gibt es jede Menge Material Da gibt es jede Menge Material Und dann müssen wir schauen Wo es weiter geht Das brauchen wir nicht Das brauchen wir nicht Da drüben scheint es weiter zu gehen Geht es da in Snow Hope? Da scheint es in Snow Hope zu gehen Okay Dröhnchen einsammeln Dröhnchen einsammeln Okay, okay, okay Ich denke nicht hier von unten, oder? Ich denke nicht von hier unten Aha, okay Also das Ganze wird wieder interessant Weil wir müssen jetzt wieder den Zugang finden Wie sehen wir denn munitionstechnisch aus? Okay, unser kleines, leichtes MG hat natürlich Munition jede Menge Unser G36 Sollte auf jeden Fall für ein normales Gefecht ausreichen So, die Frage ist Müssen wir von hinten Müssen wir von vorne Von wo kommen wir jetzt hier rein? Ja, okay Da scheinen jetzt Hier, denke ich, geht es rein Ach, okay, okay, okay Alles klar Da drüben ist ja eigentlich Wenn ich richtig weiß Unser Ah, nee Der Kontrollpunkt ist hier Okay Und das wäre das andere Teil hier gewesen Also Kontrollpunkt Ah, da ist ein weiterer Kontrollpunkt Sie müssen in Gefahr Natürlich So, die kontrollieren dieses Gebiet Okay Freunde Wir sind am No-Hope-Hotel Und da wird es jetzt gleich weitergehen Und ich denke Da werden wir dann den Kollegen John Jesse Dann denke ich, befreien können Also ich hoffe, dass es dann hier so weit weitergeht Wir werden es auf jeden Fall feststellen In der nächsten Folge The Division 2 Broken Wings Hier bei mir auf dem Kanal Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen Und freue mich schon auf das nächste Mal Wenn ihr hier wieder einschaltet Wenn wir in der Fahndung sind Ich sage Dankeschön Tschüss Chargerio Bis zum nächsten Mal hier Beim Baden Farmer